Musik Wir begrüßen Gerhard III. von Köhmeling und Kerstin I. von Willmachtdorf. Musik Wir heißen die Qualitäten willkommen. Wenn ich Ihnen vorstellen darf, den Hofmarschall. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kanuas-Gäste, liebe Narrinnen und Narren. Ich würde sagen, nehmen Sie doch bitte erstmal Platz und dann möchte ich Ihnen das Prinzenpaar von Berlin-Saint-Hofstadt vorstellen. Ich freue mich ganz besonders Ihnen. Seine Qualität, Prinz Gerhard den Rücken von Köhmeling, hier vorstellend zu dürfen. Ajo! Weiterhin an seiner Seite Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Kerstin I. von Willmersdorf. In der Begleitung befinden sich selbstverständlich einige Minister und Ex-Prinze. Ich darf die drei Ex-Prinzen mal vorstellen. Horst Schütz als der älteste, dienstälteste Ex-Prinz seit 30 vor 30 Jahren war ihr Prinz von Berlin. Heute kümmern wir noch aktiv den Karneval-Ketig, der Hockney-Mühle. Der FDM-Ringsdorfer, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Karnevalisten, Straß-Rudje-Tawarschi. Es ist angekommen, ja? Ja, ich begrüße Sie natürlich ganz herzlich mit einem dreifach-donnernden Berlin. Ajo! Berlin! Ajo! Berlin! Ajo! Ich weiß nicht, die Prinzessin, glaube ich, möchte auch ein paar Worte sagen. Bitteschön. Auch ich grüße mein Liebes-Narrisches Volk. Diesmal nicht mit Berlin-Ajo, sondern mit Karneval an der Spree. Hooray! Hooray! Ganz besonders heiße ich heute mal die Herren willkommen. Hooray! Hooray! Das muss auch mal sein, dass wir sonst immer bei den letzten Auftritten die Damen so hervorgehoben. Heute sind es mal die Herren, die wir Damen unterstützen müssen. Und mit Ihrer Hilfe und mit Ihrer Stimmung, so wie der Einmarsch heute auch war, ganz toll, super, wunderbar, würde ich sagen, können wir in der Hauptstadt Berlin gut Karneval feiern. Meinen Sie nicht auch? Ajo! Und darauf auch die Karneval in der Hauptstadt Berlin. Ein dreifaches Berlin! Ajo! Berlin! Ajo! Berlin! Ajo! Rottweiler in der Sprech! Berlin! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Die erste Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hallo, Frau Nachbarin, die Wettbewerb kommt nach an mir. Hallo, Frau Nachbarin, du bist das Sünder der Meer. Hallo, Frau Nachbarin, du bist mir nicht mehr aus dem Sinn. Hallo, die Wurde, 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 die Wurde. Die Wurde, 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 die Wur Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie sieht es denn aus, meine Herren aus Krefeld? Seid ihr bereit, eine Zugabe zu geben? Das ist aber im Sinne der Publikum. Bitte sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So ein Tag, auf mich ist der Leute, so ein Tag, der will uns wieder sehen. Ach, wie schallt, wie die schönen Stunden, wie die Freude, o Herr, der Sieg, so ein Tag, so wunderschön, wie heute. So ein Tag, auf mich ist der Leute, so ein Tag, der will uns wieder sehen.